Danke und wir gehen weiter, haben nur ganz kurz Zeit. Ich sehe schon die Frau Uysal, die uns heute etwas über reflexive Geschlechterpädagogik erzählen wird. Bei E-Education ist uns diese Gleichstellung ein sehr wichtiges Anliegen und versuchen das auch überall mitzudenken. Sogar bei unseren Bachelors, die der Herr Beersburg gerade verwiesen, wurde auch einen eigenen Bereich, wo Schulen, wenn sie Schulprojekte in diesem Kontext machen, Einreichungen vornehmen können und auch Punkte erlangen. Also es ist mitgedacht, es wird nicht in dem Ausmaß in Anspruch genommen, wie wir uns das erhoffen. Wir sehen ja die Aktivitäten, die eingereicht werden, aber somit könnte man auch sagen, ist noch Luft nach oben. Und in dieser Hinsicht freuen wir uns jetzt schon auf Ihren Input. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier unsere Ädiothek zum Thema reflexive Geschlechterpädagogik um Gleichstellung vorstellen darf. Nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Yasemin Uysal und ich komme aus der PRESS 1, Abteilung für Gleichstellung und Diversität im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und ja, bevor ich allerdings mit der Ädiothek und unseren Materialien in der Ädiothek anfange, möchte ich ein paar grundsätzliche Dinge noch sagen. Also die Ädiothek, ich werde mich doch die alle von Ihnen kennen. Ich hoffe, die meisten kennen. Das ist eben eine soziale Plattform, also eine Online-Plattform, Entschuldigung, wo eben Online-Materialien gesammelt werden nach Themenbereichen etc. für eben die Unterrichtsgestaltung. Und wir haben jetzt eben seit kurzem auch eine eigene Mappe zum Thema eben Geschlechterpädagogik und Gleichstellung. Wie es dazu gekommen ist, möchte ich nun kurz zusammenfassend sagen, also unsere Mappen und die Unterrichtsmaterialien basieren auf dem sogenannten Grundsatzerlass mit dem Titel eben reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung, der eben im Jahr 2018 als Grundschreiben durch den damaligen Bundesminister Heinz Faßmann verlautbart wurde. Und ja, dieser Grundsatzerlass gilt für alle Schulstufen und Schularten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mit ihm in Berührung gekommen sind. Der bittet auf jeden Fall einen Orientierungsrahmen mit einer Vielzahl an Anregungen, wie eben die Fragen der Gleichstellung sowohl auf der Unterrichtsebene, aber eben auch auf der Ebene der gesamten Schulkultur berücksichtigt und behandelt werden können. Der Grundsatzerlass erläutert außerdem, also im Grundsatzerlass werden auch jene Kompetenzen erläutert, welche die Lernenden im Zuge der Umsetzung des Erlasses an den Schulen aufbauen sollten. Ja, ebenso auf die Frage, welche Herausforderungen teilweise auf Schulleitungen und Lehrende bei der Umsetzung des Grundsatzerlasses warten können und wie eben diese am besten bewältigt werden können, auch hierfür liefert der Erlass einige Antworten. Zusätzlich zum Grundsatzerlass haben wir vor kurzem auch einen Film über den Grundsatzerlass gedreht, wo wir sozusagen den Grundsatzerlass... Entschuldigung. Wo wir den Grundsatzerlass auch erläutern und sozusagen anhand von Beispielen, Unterrichtsbeispielen sozusagen hier auch greifbarer machen wollen. Ja, kommen wir nun zum Thema Geschlechterpädagogik und Gleichstellung. Warum überhaupt Geschlechterpädagogik und Gleichstellung? Die Gleichstellung der Geschlechter ist als universelles Menschenrecht in mehreren internationalen Übereinkommen eben verankert. Der Bildung kommt dabei eine wesentliche Rolle, wenn nicht sogar eine zentrale Rolle zu. Im Schulbereich schafft eben eine reflexive Geschlechterpädagogik unter dem Aspekt der Geschlechtergleichstellung geeignete Lernräume, in denen sich alle Schülerinnen und Schüler unter professioneller Begleitung mit Geschlechterthemen unter verschiedenen Blickwinkeln auseinandersetzen können. Derartige Lernprozesse erzeugen eben Wissen und Bewusstsein für Bedienungsfaktoren von Geschlechterungleichheiten und deren Veränderbarkeit, wodurch auch die Bereitschaft gestärkt werden kann, sich im Alltag für mehr Gleichstellung einzusetzen. Durch die Auseinandersetzung können Geschlechterstereotype-Zuschreibungen erkannt werden, eigene Grenzen gesetzt werden und Wege der Selbstbestimmung gefunden werden. Dies bildet auch eine wichtige Grundlage für die Prävention gegen sogenannte geschlechterbezogene Gewaltformen und für die Erweiterung der Lebens- und Berufsperspektiven junger Menschen allgemein. Und eben genau das wollen wir auch mit unserer Mappe in der Eduthek fördern. Wir wollen eben auch einen Teil dazu beitragen, hier oder Hilfestellungen zu geben, wie kann man dieses Thema in den Unterricht mit einbinden. Und hierfür haben wir insgesamt sechs Themenmappen für jeweils drei Schulstufen angelegt, eben für die Stufen Primastufe, Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Insgesamt, also Stand jetzt sozusagen, sind 177 Materialien zu finden, aber ich möchte gleich mal dazu sagen, die Materialien sollen noch wachsen. Also wir sind immer wieder laufend auf der Suche nach neuen Materialien, die dann regelmäßig auch quasi aktualisiert werden und neu hinzugefügt werden. Schauen wir uns mal an, wie sieht es denn aus in der Primastufenmappe. Hier haben wir also für die Volksschule insgesamt 13 Materialien bis jetzt drinnen, und zwar zu folgenden Themenbereichen. Diese Themenbereiche, ich sage es gleich, sind für alle drei Schulstufen gleich, also für alle diese Themenbereiche werden in allen Schulstufen behandelt. Und da haben wir die Antidiskriminierung bzw. Diversität drinnen, die Gesundheit und Sexualpädagogik, das Thema Gewalt und Sexismus, Historisches, also Frauenbewegungen und Pionierinnen, dann IKT, die digitale Grundbildung, sowie Rollenklischees und Geschlechtersterretype. Ja, wie gesagt, die Themenbereiche bleiben in den einzelnen Schulstufen gleich. Und ja, schauen wir uns gleich mal an, den ersten Themenbereich Antidiskriminierung und Diversität. Also unser Unterrichtsprinzip, die reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung, soll dazu beitragen, einen professionellen und auch reflektierten Umgang mit der Dimension des Geschlechts in der von heterogenen Lebenswelten geträgten Schule zu entwickeln, und zwar auf der Grundlage des verfassungsmäßig verankerten Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsauftrags. Das Ziel des Diversitätsansatzes ist es, nicht nur auf die Vielfalt von Identitäten aufmerksam zu machen, sondern besonders Fragen von Macht, Abhängigkeit und Möglichkeiten aufzugreifen und hier eben im Sinne von Gleichstellung aktiv zu werden. Und die folgenden Materialien, die wir hier eben gesammelt haben, sowie auf links, bieten eben einen Überblick über die Zugänge des Diversitätsansatzes sowie über ihre Möglichkeiten sozusagen den Unterricht möglichst diversitätssensibel zu gestalten. Und jetzt wäre es natürlich mal interessant zu erfahren, wie komme ich überhaupt zu diesen Materialien? Das ist ganz einfach. Sie geben eben in Google ein, Ediothek. Und wenn Sie dann in der Seite oder auf der Seite der Ediothek sich befinden, dann ist der nächste Schritt bzw. der erste Schritt mal eine Schulstufe zu wählen, für welche Sie eben Materialien suchen. Als nächstes muss dann quasi unsere Mappe mit dem Titel Geschlechterpädagogik und Gleichstellung angeklickt werden. Hier steht jetzt Primarstufe, weil wir hier quasi das aus dem Beispiel der Primarstufe herausgenommen haben. Ja, der nächste Schritt ist dann eben, Sie schauen durch bzw. Sie suchen jenen Themenbereich, für den Sie sich quasi interessieren und den Sie im Unterricht sozusagen behandeln wollen. In unserem Fall, wir haben hier das Beispiel Antidiskriminierung und Diversität genommen. Dann wird eben dieser Themenbereich angeklickt. Dann, wenn Sie das gemacht haben, öffnet sich sozusagen die Sammlung der Materialien, die Sie dann ganz bequem durchschauen können. Und jenes Material, welches Sie dann interessiert und anspricht, können Sie sich dann ansehen bzw. herunterladen. Das zeige ich Ihnen hier. Es geht ganz einfach und schon, also wenn Sie auf Ansehen klicken, kommen Sie schon auf das Unterrichtsbeispiel, wo Sie dann eben auch Aufbereitungsinformationen und Beispiele finden können und gleich sozusagen starten können. Ja, das war's mit Antidiskriminierung. Kommen wir nun zum zweiten Thema im Bereich Gesundheit und Sexualpädagogik. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist ja ein wichtiges schulisches Thema, gerade auch unter dem Aspekt der Chancengleichheit der Geschlechter. Deswegen auch für uns sehr, sehr wichtig. Es war uns ein großes Anliegen, auch dieses Thema als Mappe hier zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz durch die Einbindung der Themenfelder wie etwa Sexualität, Körpernormen, Risikoverhalten usw. von allen Kindern und Jugendlichen zu stärken und sie dadurch auch in ihrem Entwicklungsprozess möglichst gut unterstützen zu können. Ja, diese Mappe eben Gesundheit und Sexualpädagogik enthält Materialien, wie verschiedene Aspekte der Sexualpädagogik und auch der Gesundheitsthematik im Unterricht aufgegriffen und altersgerecht behandelt werden können. Ja, dann kommen wir zum Gewaltthema, Gewalt und Sexismus. Ziel ist es eben den Lebensraum Schule für alle Kinder und Jugendlichen so zu gestalten, dass sich alle sicher fühlen. Es soll ein Klima der Toleranz und Wertschätzung vorherrschen, in dem diese zu selbstständigen, verantwortungsvollen Menschen heranwachsen können. Ja, die erhöhte Sensibilität ist gefordert, sowohl wenn es um Interaktionen zwischen Jugendlichen geht, als auch wenn es das Verhalten von Lehrkräften betrifft. Es werden klare Handlungen gegen jede Form von Gewalt zur Durchsetzung vereinbarter Regeln und zur Förderung von Respekt in diesem Bereich gesetzt. Das ist ein Auszug, um quasi Ihnen auch den Grundsatzerlass etwas näher bringen zu können. Das ist immer ein Auszug aus unserem Grundsatzerlass. Sie sehen hier, auch die Gewaltthematik spielt hierbei eine große Rolle. Ja, und in dieser Mappe finden Sie dann eben auch Beispiele und auch Hilfestellungen, wie Sie sozusagen das Thema Gewalt und Sexismus im Unterricht aufgreifen und behandeln können. Und schon sind wir beim nächsten Thema, nämlich historisches, Frauenbewegung und Pionierinnen. Frauen- und Geschlechtergeschichte steht ja für das Anliegen, Geschlechterverhältnisse zu verstehen, bisherige Darstellungen darüber kritisch zu beleuchten und umfassendere Erzählungen des Vergangenen zu entwickeln. Einiges wurde ja im Laufe der Zeit bis heute sowohl auf rechtlicher Ebene als auch im Bereich Bildung und Erwerbsbeteiligung schon erreicht. Allerdings natürlich noch nicht genug, denn eine umfassende Gleichstellung der Geschlechter ist noch immer nicht erreicht. Man braucht nur an die Lohnschere, den sogenannten Gender Pay Gap, eben zwischen den Geschlechtern denken. Und ja, auch hier in dieser Mappe historisches sind eben viele Texte und Materialien enthalten, um hier dieses Thema auch greifbar zu machen im Unterricht. Ja, Thema Nummer 5 eben, wie schon gesagt, IKT, die digitale Bildung. Die Digitalisierung erfasst ja schon heute fast oder so gut eben wie alle Lebensbereiche von jungen Menschen. Und natürlich gilt es auch hier sozusagen in der Schule dieses Thema aufzugreifen. Mädchen und Buben scheinen teilweise ganz unterschiedlich in diese digitale Welt einzutauchen. Wo sind Schnittstellen und wie kann das aber auch gut im ko-edukativen Unterricht eingesetzt werden? Also diese Fragen haben wir uns gestellt und demnach quasi uns auf die Suche nach guten Materialien gemacht und auch einiges gefunden, was nun eben in der Bibliothek bereitsteht. Es gibt auch vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung einen Folder zur digitalen Bildung mit dem Titel Digitale Bildung für alle mit dem Fokus eben Chancen und Geschlechtergerechtigkeit. Diesen Folder finden Sie natürlich auch auf der EMBWF Homepage. Ja, und so kommen wir schon zum letzten Themenbereich, nämlich Rollenklischees und Geschlechterstereotype. Geschlechterverhältnisse und Fragen der Gleichstellung reichen ja auf vielfältige Weise in die Schule hinein und bilden sich in mir ab, etwa wenn man bedenkt auf Ebene der unterschiedlichen Repräsentanz der Geschlechter im Lehrberuf oder der unterschiedlichen Verteilung der Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Schulformen. Aber insbesondere das alltägliche Miteinander ist vom sozialen Geschlecht, von Gender im Sinne der Definition der WHO in hohem Maße geprägt. Und so beeinflussen dann auch gesellschaftliche Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit die Persönlichkeitsentwicklungen, Bezugssysteme und die Handlungsspielräume der Schülerinnen und Schüler in einem sehr hohen Maße. Ja, ein großes Gewicht auf die geschlechterbezogenen Zuschreibungen und Erwartungshaltungen übt auch der jeweilige soziokulturelle Kontext aus, etwa durch gleichalterigen Gruppen, Eltern und Familienverbände. Das Unterrichtsprinzip soll eben dazu beitragen, einen professionellen und reflektierten Umgang mit der Dimension des Geschlechts in der von heterogenen Lebenswelten geprägten Schule zu entwickeln. Ja, und eben genau hierfür haben wir auch geeignetes Material gesucht und gefunden und eben für Sie auf der Ediothek eben bereitgestellt. Wie kommen Sie nun zur Ediothek? Ganz einfach, hier ist der Link eben auf ediothek.at gehen und dann eben schrittweise, so wie ich das vorhin schon gezeigt habe, ja, auf die Themenbereiche klicken und sich das passende Material heraussuchen, herunterladen und für den Unterricht eben vorbereiten. Ja, zusätzlich haben wir hier auch vorbereitet den Link zum Grundsatzerlass Reflexive Geschlechterpädagogie und Gleichstellung für all diejenigen, die reinschauen wollen und Interesse haben, was ist denn jetzt eigentlich bei diesem Grundsatzerlass und ja, warum diese Themen in der Ediothek. Ja, und zusätzlich auch noch einen Link zu den Praxismaterialien für den Unterricht auf unserer BNBWF-Homepage und ja, so viel zu den, also wie Sie diese Mappen und so sehen und herunterladen können. Wie gesagt, im Moment haben wir 177 Materialien gesammelt, aber der Bestand soll wachsen und deswegen sollte jemand von Ihnen hier gerade zuhören und sich denken, hey, ich habe auch ganz tolle Materialien, die zu diesen Themen passen würden, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns die zukommen lassen könnten. Sie sehen diejenigen Personen, die eben für die Ediothek zuständig sind und deren E-Mail-Adressen, darunter auch meine. Also wir freuen uns sehr, wenn Sie auch da mithelfen würden und uns hier auf den, ja, neuesten Stand bringen, neue Materialien zukommen lassen. Ja, und damit sozusagen alle etwas davon haben. Ja, das war es eigentlich schon zur Ediothek und von meiner Seite. Für Fragen stehe ich natürlich gerne bereit. Ansonsten, ja, bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, hier das ein bisschen vorzustellen. Und ja, Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Riesal. Es freut mich auch, dass die Claudia Stöckelmeier in ihrer Präsentation als Kontakt erwähnt wird, denn die ist ja Teil von unserem Kernteam, also auch als Signal. Ja, die war natürlich auch sehr, sehr, sehr daran beteiligt, dass das überhaupt sozusagen auf die Beine gestellt wurde. Also großen Dank auch, Frau Stöckelmeier. Sehr gut, sehr gut. Was ich jetzt für eine Frage habe, die sich aus dem Thema gibt, im Rahmen der Ediothek-Flexion, diese Mappe. Sind da diese Materialien auch so didaktisch bereit, so aufbereitet, dass das Lehrkräfte gleich direkt im Unterricht auch anwenden können? Teils, teils. Also es gibt auch sehr viele Unterrichtsmaterialien, die wirklich auch schon aufbereitet sind mit einer genauen Beschreibung, was, wie in der Stunde sozusagen behandelt wird, wie viele Minuten sozusagen für welchen Bereich dieser Aufgabe verwendet werden soll. Also es gibt wirklich einige sehr, sehr gute Sachen, die direkt heruntergeladen und eingesetzt werden können. Ich kann zum Beispiel hier auch die Materialien vom Demokratiezentrum zum Beispiel sehr empfehlen. Die sind eben genauso aufbereitet mit einem genauen Stundenbild etc. Ja, also da ist dann nicht mehr viel Arbeit notwendig, sondern ich lade mir das herunter, überlege mir, in welcher Stunde möchte ich dieses Unterrichtsbeispiel sozusagen anwenden und kann das direkt dann eben machen, weil das schon sehr gut so aufbereitet ist. Ja, Frau Wiesel, vielen herzlichen Dank. Im Chat sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.